Good morning Europe! Heute reden wir über die EU-Datenschutz-Grundverordnung, also ein großes Thema bei uns hier und auch eine wichtige Gesetzgebung. Da geht es darum, dass wir den Datenschutz, der in Europa noch in ganz unterschiedlichen Regelungen steckt, jeder EU-Staat hat seine eigene Regelung, dass wir diese zusammenbringen in eine EU-Verordnung, also einen Datenschutz- Standard für alle in Europa und damit natürlich vielleicht auch eine bessere Durchsetzung des Datenschutzes, wie er bisher ist. Denn wir haben das Problem, dass zum Beispiel Unternehmen wie Google oder Facebook, die viele Daten von uns verarbeiten, einfach nach Irland gehen und sagen, hier ist irisches Datenschutzrecht anwendbar, wo aber das Datenschutzrecht nicht ganz so ist, wie wir das vielleicht zum Beispiel in Deutschland oder in Polen oder in Österreich oder in Frankreich gewohnt sind. Und damit wir alle vertrauen können, dass unser Grundrecht auf Datenschutz überall gleichermaßen gewährleistet wird und insbesondere im Internet das auch besser durchgesetzt wird, haben wir jetzt als EU oder als Europäisches Parlament entschieden, eine solche EU-Verordnung zu verabschieden. Das ist viel Arbeit und da geht es natürlich um viele zentrale Diskussionen. Nenne ich zum Beispiel, wann darf ich eigentlich zustimmen, wer meine Daten bekommt und weitergibt an andere? Wie kann ich meine Daten löschen aus dem Internet zum Beispiel? Und wie werden eigentlich solche, die den Datenschutz gar nicht so richtig beachten, auch sanktioniert? Und wie habe ich da eine Chance, mich gegen zu wehren? All diese Fragen können wir gerne beantworten. Vielleicht habt ihr ja Lust, uns Fragen zu schicken zu unserer Erklärvideoreihe, die wir hier machen und ich freue mich über jede Einsendung. Bis zum nächsten Video!